Prost! Ach, weißt du, ich glaube, heute ist keine Mark mehr zu verdienen. Oh, wer kommt denn da? Entschuldigen Sie bitte, wer ist denn hier der Chef? Worum geht's denn? Ich hatte einen Vorstellungstermin. Mein Name ist Emma von Hohenbüssow. Man nennt mich auch das verrückte Huhn. Wieso das verrückte Huhn? Na, ich spring gerne mal von Stange zu Stange. Ihnen ist doch klar, dass Sie hier jetzt noch einen Eingungstest machen müssen. Oder willst du mit der jungen Dame vielleicht diesen Test machen? Klar, mach ich doch gerne. Okay, dann kümmern wir mich an meine Mannschaft. Tschau. Jo, tschüss. So, Frau von und zu, sagen Sie mir mal drei Fleischgerichte. Brathähnchen, Gulasch und Sauerbraten. Und jetzt nennen Sie mir mal drei alkoholische Getränke. Whisky, Wodka und Weinbrand. Sehr gut, sehr gut. Und drei Vogelarten? Amsel, Drossel und Storch. Super, super, Kleines. Nun nennen wir mal drei Flüsse in Dänemark. Oh, drei Flüsse in Dänemark. Tut mir leid, das weiß ich nicht. Wusste ich doch, dass ihr jungen Dinge außer Essen, Saufen und Vögeln nichts im Kopf habt. Ne, ne, Mädel, das wird ja nichts mit dem Job. Hahaha. Hahaha